Okay, hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact. Normal spiele ich sie ja immer im Stream, aber heute ist offiziell Genshin 4.3 rausgekommen. Gut, als ob es inoffiziell irgendwo rauskommen kann, aber ist ja egal. Es gibt eine neue Quest mit Dain, mit Dain's Life oder Dain's Life. Es gibt Chlorindas neue Spunner als neuen Charakter mit dem Bogenboy. Das ist ein Name, ich habe vergessen, obwohl ich letztes Wochenende erst die Story gemacht habe. Egal. Äh, Elhazem. Und es gibt Chichi. Ah ne, warte mal, die sind immer noch. Oh, mir fehlen bloß nur zwei, da kann ich noch mehr ziehen. Ähm, Chlorindas Waffe. Absolution, lichterschneidenden Blätter. Werden wir eh nicht ziehen, also egal. Äh, blablabla, Aktionen. Gute Nachtgeschichte. Na, Kontenauftrag jetzt verfügbar. Raperia. Äh, normalerweise hätte ich eigentlich gewartet bis zum Wochenende zum Streamen, aber ich will ehrlich sein, nach dem Anime-Trailer und so weiter, ich konnte nicht warten. Wir müssen, wir müssen heute Chlorinde ziehen und dann machen wir die Story-Quest. Äh, Händler. Was können wir uns alles holen? Das ist schon wieder verfügbar. Habe ich noch einen Haufen? Ja, ich ziehe jetzt eh nochmal, also passt schon, dann haben wir das da. Dann holen wir uns. Ah ja, das habe ich glaube ich schon geholt. Wollen wir mal jetzt davon? 14. Ah, da passt ja, da kann ich genau... Habe ich genau 30. Ich habe ja das letzte Mal zwei Fünf-Sterne-Charakter gezogen, das heißt ich habe einmal 50-50 gewonnen und einmal 50-50 verloren, das heißt das müsste ich jetzt eigentlich mal den Charakter auf jeden Fall bekommen, wenn ich äh das Ding schaffe. Aber schauen wir mal, ob wir auch hin... Nein, du bist nicht der Bogenboy. Hat der einen Bogen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich glaube schon, er war ja der Blitzbogen-Fuzzi. Oh no! Na, goddammit. Oh wow. Juhu, ich habe eine Flöte. Ich wollte immer schon eine Flöte haben. Ah! Sie... Hallo, hallo, hallo. Ich bin Sethos. Was kann ich für dich tun? Eigentlich, weißt du was? Aber... Das scheint mehr als eine Sit-Down-Konversation. Komm mit mir. Ich weiß ein gutes Platz. Alter. Okay, cool. Auf jeden Fall haben wir einen Vierer schonmal. Und... Was sagt die 30? Yes! Ich muss nichts vermeiden. Yeah! Ich bin Chlorand. Ein Champion-Duelist der Korte von Fontaine. Wenn du meine Services besitzen möchtest, stelle bitte die Natur deines Erachtens. Du kannst keine exklusiven Details ausbauen. Diese sind keine Worte von mir. Passt. Okay. Cool. Glück gehabt. Weil ich habe immer noch... 6.000 von... Alecino übrig. Wo ich hier einen Speer geholt habe. Gut, dass ich nichts davon ausgeben musste. Aber dafür alles andere. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Trupee? Ein bisschen die Trupee. Ein bisschen die Trupee mal ändern. Bennet raus. Ne, wir schmeißen mal sie rein. Hauen wir sie auch mal raus. Komm, wir hauen sie auch mal raus. Wer ist unser Target dieses Mal? Wollen wir hätten das so lange? Ne, dann haben wir drei Wasserfuzzis. Machen wir das da? Ich glaube, wir nehmen sie mit. Nehmen wir sie mit? Komm, wir nehmen sie mit. Die Kampagne beginnt. So. Ähm. Ähm, 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 ähm. Okay, wir machen jetzt erst einmal das Wichtigste das da. Wir probieren sie mal aus. Eigentlich sollte man es vorher ausprobieren und dann sie ziehen, aber ich wollte sie sowieso, also scheißegal. Es gab ja, es gab ja schon wieder einen riesen Abfuck. Für, für, für einige Leute. Mir ist es egal, weil die, ich glaub das eh, also die, die, die normale Attacke. Ich glaub das da haben sie, ich glaub die Abklingzeit, haben sie erhöht. Weil Leute in der Beta das irgendwie ausgenutzt haben, schnell da voranzukommen. Ich hab keine Ahnung. Warum ist eigentlich das MS so hoch? Der Ping, Alter, was ist los? Wahrscheinlich, weil so viele spielen. der Ping! Alter, der spielt sich schon cool. Aber warte mal. Und. Wow. Oh, da ist noch einer. So, dann wecken wir die. Macht Spaß. Verlassen. Warte mal, andere Figur ausprobieren. Ich habe den Trailer wieder nicht ganz angeschaut, fällt mir auf. Deswegen weiß ich wahrscheinlich, die hilft wieder nicht. Ich meine, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich wusste, dass es eine Saatbox gibt oder irgend sowas. Komm, spielen wir ihn auch noch schnell, damit wir die Dinger kriegen. Da könnte man ein Seetos eigentlich auch noch schnell machen, ne? Da wollen wir alle mal kurz durchprobieren. Also, die, die hier wirklich interessieren. Er ist ja, glaube ich, eh nur ein Ding gewesen. Der, 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 der... Der, 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 der. Ein Prozess aus dem heilen. Schau! 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 Service to space! Hey! By royal decree! Stay put! Warrior hungry! Oh wow wow wow! Sage's wisdom! Oh yeah to crown her eggs! Er braucht aber so echt lang zum Aufladen, ne, aber dafür gibt es ja dann einen Skill. Alter, wie er halt einfach... Na, der hat auch so'n Jell an Dingen, dass er plötzlich schnell aufladen kann. Okay, verlassen. Gut, dann haben wir das schon beigemacht. Was brauche ich eigentlich für die Chloran? Für Sachen. Das ist schon cooler Charakter einfach. Oh. Was ist das? Perlensepferd? Ah. Das Viech, okay. Cool. Da bekommen wir jetzt noch so'n Ding. Siehst du, da werde ich jetzt was vergessen. Da können wir ja auch mal ziehen. Und go. Oh. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie viel ich da jetzt gehabt habe. Oh Lisa! Cool. Lisas Sternenbild ist immer noch auf eins. Einen der seltensten Charakter zum ziehen. Also für mich jedenfalls. Warte mal, Lisa hatte ich doch hier irgendwo Sternenbild. Oh ne, ich bin schon auf eins. Äh, zwei. Jetzt auf zwei. Höre die Verteidigung 25 und erhöht Lisas Unterbrechungs-WDSD. Okay. 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 Warte mal, eins muss ich trotzdem noch scha-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Ich bin voll hart. Äh, Aktionsaufträge. Hä? Achso, ja. Gute Nachtgeschichten. Zum Auftrag. Mission, die seit langem aussteht. Hä? Abenteuer gehen. Sumeru. Kästchen scheint eine sehr knifflige Mission für euch zu... Sumeru? Warum denn Sumeru? Hat man mit Dance Life in Sumeru nie was zu tun? Ich weiß es nicht mehr, alter. Der taucht so selten auf, bis der wieder auftaucht nach dem Jahr oder so. Alter, weißt du schon gar nicht mehr, was überhaupt passiert ist beim letzten Mal. Ich weiß halt echt nicht, was passiert ist beim letzten Mal. Ich hab echt keine Ahnung mehr, alter. Scheiße. Scheiße. Sheet. Ah, perfekt. Es ist auch ihr zwei. Ich habe eine Kommission hier, die hat eure Namen überall über sie geschrieben. In fact, I'd even go so far as to say you're the only ones for the job. The only ones for the job? Huh. If our help is really that important, it's probably some Archon class commission, right? Ähm, diese Liga kann ich noch gar nicht, aber natürlich nehmen wir sie gerne an, um welchen Archon sollen wir uns denn diesmal kümmern? Diese Liga kann ich noch gerne. Okay. The Adventurer's Guild doesn't employ that kind of classification system. In fact, this commission is also probably not nearly as intimidating as what you're expecting. All it asks us to do is to find the missing person. Huh? Then why did you say we were the only ones for the job? I came across this commission while reviewing our backlog not too long ago. It seems simple, but our records indicate that over a dozen successive efforts to complete it have all ended in failure, despite attempts by several accomplished and renowned adventurers. With the reputation of the Adventurer's Guild and the performance of the Sumeru Branch at stake, it's in our best interest to assign this commission to the adventurer with the highest completion rate over the past few years. Wow, that's us for sure! All I'm asking is for you to give it your best shot. If it proves to be beyond your capabilities as well, I'll talk to the commissioner about canceling the commission. Okay, so who are we looking for? And what is it about this commission that's made it so hard to complete? This commission was jointly issued by the residents of Vumara Village. They say one of their own villagers has gone missing. But the problem is, they don't know the missing persons name. They can only provide information about his general appearance. Uh, they're all from the same village, but they don't even know his name? Hmm. If so many adventurers have failed to complete this commission, maybe this missing villagers doesn't exist at all. Could it be some sort of a prank or something? Unlikely. Several villagers came by to issue the commission. And judging by their appearance and tone of voice, they seemed incredibly sincere. It certainly didn't seem like a joke to them. Besides, putting up a commission requires a processing fee. There aren't many upsides to a prank that costs Mora to carry out. In any case. It would probably be best to go to Vumara Village and ask around first. The Adventurous Guild does have some information on hand. But I would say anything you can learn directly from the villagers would be far more reliable. The best way to avoid misdirection is to go to the source. Alright then, let's go! Paimon's starting to get really curious about this whole thing. Na dann bin ich mal gespannt. Gute Nachtgeschichte. Wir müssen uns erstmal irgendwo heilen, alter. Äh. Da. Achso, ich muss eh da und da. Ist da einer in der Nähe? Zum Laufen werde ich zwar trotzdem zu faul sein, aber... Hey, hey. Achso, ja. Da. Oder laufen wir ne Runde? Komm, wir laufen ne Runde. Nein, komm, alter. Scheiße. Ah, ne. Ich hätte auf den Berg gehen sollen, da wäre ich hingeflogen. Jetzt ist zu spät. Aber wahrscheinlich... Ja, okay. Ist doch ganz oben. Wir haben es geschafft, in Vumara Village. Warum nicht wir mit einigen von den Villageren sprechen, um ein bisschen mehr über den missingen Mann. Wenn diese Kommission wirklich so schwieriger ist, wie Catherine es ausfällt, dann müssen wir eine sehr detaillte Untersuchung machen. Ist immer noch lustig. Wir wissen nicht wer da ist, aber er ist da gewesen. Alter, und? Was ist los? Wie wärs mit ein bisschen Koks? Äh, was? Oh, nein, nein. Wir sind Adventurers. haben ihren Weg hier gemacht. Ich bin sicher, dass sie uns helfen könnten. Nur, dass sie bald mit nichts zu zeigen, um ihre Erinnerung zu lassen. Wir haben es bis zu hier, in Fragen. Und die Umgebung, um die Stadt, hat praktisch in der Suche geblieben. Aber niemand konnte, einen Weg zu machen. Also, diese Person, die wir suchen. Was ist sein Name? Woher lebte er? Hat er irgendwelche Relativen? Äh, ich weiß nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich konnte es dir nicht sagen. Okay. Ich glaube, du bist wirklich Angst, die Fragen zu antworten. Entschuldigung. Ich wollte nicht mit dir schlauern. Ich habe eigentlich nur meine Antwort auf deine Fragen gegeben. Ich weiß, es scheint, dass wir nichts zu geben, wegen der Informationen. Aber ich versuche dir, wir haben alle eine sehr starke Erinnerung von ihm. Wenn du in der gleichen Stadt wie jemanden leben, hast du viele Erinnerungen zusammen. Wir wissen nur nicht die Spezifizien. Warte, wie lange ist der schon vermisst, Alter? Über Jahrzehnte, oder was? Warte, wie lange ist der schon vermisst, Alter? Über Jahrzehnte, oder was? Oder was er? Ein junger Typ. In seiner 20s wahrscheinlich. Ein ganzes Kindes Typ. Immer Willen mit einem Helping Hand. Ich hab ihn mit ihm, wenn ich keine Kunden hatte. Ich habe ihn sogar sogar verletzt, ihn für andere auf mehr als eine Malte. Sehr interessant, das ist. Jetzt hast du ihn zu sprechen, Aber natürlich, alle in der Kirche sind ziemlich stolz auf ihn. Wir würden nicht diese Kommission haben. Es gibt nicht viele junge Leute wie ihn, heute Morgen. So genügend und pure. Ich hoffe, dass er einfach nicht so gut ist. Könnte er einfach wegwerfen, ohne jemanden zu sagen? Nein, er ist nicht der Typ, um zu gehen, ohne zu sagen goodbye. Und in any way, wegwerfen, ohne zu sehen, von einer einzigen Person in der Stadt? Es ist keine Chance, dass er das ablehnen würde. Alter, ihr wisst nicht, wann wer er heißt? Jetzt könnte man uns nicht auffallen dran. Wir wissen aber nicht, wer er ist. Okay, danke für die Information. Wir können noch etwas fragen. Also, wenn ihr so weitergeht, ist es nicht viel rumfragen, ey. Hä? Ist das Gäste, die ich hier höre? Hi, Grandpa Amadea. Wir sind hier, um dir zu helfen, den Mann, der verloren ist. Ah, also das, was dich an diesen Teilen bringt. Wir sind hier für unsere Sache. Das ist so sehr nett von dir. Mit deinem Hilfe, ich glaube, dass das junge Mann's case ist in guter Hand. Könnt ihr uns ein bisschen über ihn? Natürlich. Ich bin froh, dass ich in jedem mögliche helfen kann. Mit meinem verletzten Augenblick, ich bin froh, dass ich nicht viel über seine Beziehung ausfragen kann. Aber ich erinnere mich auch, dass ich den Geräusch von seiner Beziehung höre. Und nicht vorhin, natürlich. Diese Verlust hat mich ziemlich öffnet. Müsst du mir verarschen? Oh, ich sehe fast nichts. Deswegen kann ich euch nicht sagen, wie er ausgesehen hat. Was ist das für ein Zeug, Alter? Ich bin gespannt, was später rauskommt. Ich glaube nicht, dass seine Eltern noch immer in der Stadt leben. Aber irgendwie, dass er nie immer so leid. In fact, er war meistens derjenige, dass er eine Beziehung zu anderen ist. Er hat oft Zeit zu besuchen, oder spielen mit den Orphans in der Stadt. Und wenn jemand etwas auf dem Kopf hatte, er war da, um zu hören zu hören. Er hat immer nur was zu sagen. Als der Stadtgebericht, ich erhebliche Beziehung. Helden die Stadtgebericht nachzudenken schwierige Momenten in ihren Leben sollte eine meiner Verantwortung sein sein. Aber er war oft derjenige, zu der occasion. Wow. Er ist so ein schönes und wunderschön. Keine Ahnung, dass seine Erinnerung so viel beeinflusst hat. Aber, um... Du wirst nicht wissen, irgendwelche Details über seine Name, Adresse oder Situation der Familie. Genau? Oh... Ich bin schade, zu sagen, aber... Ich kann nur nicht erinnern. Keine Ahnung, wie du siehst, ich sollte diese Dinge wissen. Aber für eine Art und Weise, und egal, wie hart ich versuche, zu erinnern, die Information einfach nicht kommt. Und vielleicht hat meine Zeit wirklich mit mir wirklich zu erinnern, zu erinnern. Oh, es ist okay. Es gibt keine Möglichkeit, sich zu erinnern, zu erinnern, zu erinnern. Wir werden etwas herausfinden. Well, Traveller, was denkst du? Ich denke, Wie das Name. Es ist so witzig, dass niemand erinnert, seinen Namen. Es ist so witzig, dass niemand erinnert, seinen Namen. nicht existiert. Warte, also du sagst, es ist nicht, dass er nicht erinnert wurde, aber mehr so, dass er nie existiert zu Beginn? Okay, Paimon braucht etwas Zeit, um das zu erinnern. Jemand, der nur in Menschen Erinnerungen existiert? Es gibt doch nur eine, die noch damit in sich verbinden kann, und das ist die. Du bist sicher die Spazierer, die gerade gekommen sind, oder? Du bist hier für die Vamara-Village-Kommission? Ja, sicher. Wir waren nur in den Fall. Ich bin so glücklich, dass du das hörst. Danke, dass du nicht erinnert hast. Ich habe mich so überrascht, dass die Spazierer-Gild unsere Kommission Mein Name ist Atosa, ich bin hier in Vamara-Village-Kommission. Ich wollte nur sagen, bitte, weiter zu suchen für einen Missing-Villager. Ich beckere dich. Du musst ihn finden. Ja, keine Angst, wir geben ihn unser Bestes. Also, warst du nahe mit dem Missing-Villager? Sind es irgendwelche Leads, die du uns geben kannst? Hm. Ich bin nicht sicher, dass das ein Leads beträgt, aber folge mich. Es ist ein Ort, den ich dir zeigen würde. Hier, das ist ein Baum. Hä, was? Herr Kuthanali, dass ich jetzt guten Helm. Äh. Okay. Alles klar, Bro. Weitermachen. Hä? Achso, da unten. Jetzt lass sie mir das Schwein zeigen. Oder das Viecher. Was? Sie zeigt mir wirklich einen Baum. Hä, Hahaha. Ist das das Platz? Unter diesem Baum? Hahaha. Scheiße. Jetzt hab ich mir fast verschluckt. Vor allem, ich hab das halt nur aus Scheiß dazu. Oh, sie zeigt uns einen Baum. Oh. Jetzt stehen wir vor einem Baum. Ja. Ich weiß, es sieht nicht aus wie viel, aber dieses Ort ist für mich sehr wichtig. Es ist so voll von Erinnerungen. Wir waren immer wieder zusammen, unter diesem Baum und reden. Manchmal, wir schauen uns auf die clouds in der Welt, oder stoppen und fühlen die Wind gegen unsere Haut. Wir konnten dort sitzen, für Stunden an einem Zeitpunkt, ohne zu wissen, wie lange es war. Ich war eigentlich, durch die Leute von Vammar Village. Die Forestrangers haben mich in den Wald als Kind. Ich war so gut, mit Menschen und zu sein, in der Stadt war so leidig. Und zwar, gab es, wo ich nicht mehr, fühle mich sehr alleine. alleine? Wie soll ich es sagen? Wenn etwas tut, oder wenn du guter Nachdenken hast, du immer willst, zu sprechen, mit jemandem. Aber für lange Zeit, ich wusste nicht, mit dem ich zu sprechen, oder ob ich etwas sagen würde. überhaupt nicht. Jeder hat ihre eigenen Probleme, mit denen zu sprechen. Selbst wenn ich in anderen zu glauben möchte, möchte ich nicht ein Bord. Wirklich? Du weißt genau, wie ich mich fühle. Ich hatte einmal so einen Familienmitglied, mit dem ich bedingungslos über alles reden konnte. Aber heute habe ich eine Menge Freunde, die mich verstehe und mir gerne ein Ohr leihen. Das geht nicht. Du musst dich für eins entscheiden. Entschuldigung. Nein. 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 das geht nicht. Ich möchte ihn wieder sehen. Ich möchte ihn wieder sehen. Wow. Sie zwei müssen wirklich zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob er sich erzählt hat. Ich war in der Stadt oder überrascht. Und ich wollte nicht schreien. Es ist noch nicht so viel zu entfernen. Schau an mich. Du sprichst deine Ecke und noch nichts dafür zu zeigen. Ich bin sorry, dass ich nicht mehr Hilfe war. Die letzte Mal, dass ich so viel so viel gesprochen habe, war, als wir noch zusammen waren. Hm, ich kann es mir denken. Jedes Mal, als wir gesprochen haben, seht es immer, dass es um die Nacht ist. Wie gerade jetzt. Die Zeit passierte immer sehr langsam. Selbst wenn es fühlte, dass wir seit Stunden reden, würde der Sonne noch in der gleichen Position sein. Nun, die Zeit passierte immer langsam langsam, wenn du relaxierst, oder? Äh, was ist falsch, Traveler? Es war immer dieselbe Tageszeit und die Zeit schien, stillzustehen. Oh. Wie ich ein bisschen Erfahrung gebracht habe, ist das eindeutig kein gewöhnlicher Vermisstenfall. Hey, schau an diese Hilly-Trails da oben. Seht nicht, dass sie ein bisschen anders klingen sind? Oh, ein Abgrund-Magier. Oh, ein Abgrund-Magier. Ja, genau, Silence, Bitch. Ich habe ihn schon lange nicht mehr rausgehabt. Hicke fass. Was? Schau mal zurück. Oder wie sie sich nicht mehr geholfen lassen lassen. Hier sind die Zeit. Schau mal zurück. Schau mal zurück und schau mal weiter. Ups. Oh. Danke dir so viel. Ich erwarte nicht, Monster zu sehen. Wenn du hier nicht hättest, bin ich nicht sicher, was ich getan habe. Das war kein Problem. Jetzt, dass ich es so denke, die Trollen in der Vremara-Village sind viel mehr aktiv. Sie sind agitiert und oftmals attacken etwas in der Lage. Chief Amadea nicht mehr hat die Kinder in der Vremara-Village in der Vremara-Village. Hm. Vielleicht ist die Abyss-Order wirklich involviert. Wir sollten zurück und schauen, die Situation in Vremara-Village in der Vremara-Village. Wenn die Abyss-Order etwas betrifft, könnte das Problem für die Vremara-Village sein. Warte einen Moment. Die Person! Es ist... Es ist Daines Lab! Na, der hat schon ein paar Abgrundfuzzis zerlegt. Ah, es ist ihr zwei. Oh, ein Freund von yours? Weiß ich noch nicht. Den traue ich nicht mehr. Der haut immer ab. Ich sollte zurück in der Village und checken auf Chief Amadea und die anderen. See you later! Yep, see you later, Atosa! Why do you always have to pop up out of nowhere like that? Is it your life's mission to jump scare us or something? It's hardly personal. Or intentional, for that matter. As long as you and I are both in pursuit of the Abyss-Order, we're bound to cross paths. Ah, so you're here to investigate the Abyss-Order, then. That would explain the Monsters you were fighting just now. Naturally. Hold on. Are you not here for the same purpose? Aber zugegeben, es war eher Zufall, dass wir auf sie gestoßen sind. Hm. No matter. It may have taken you a while to catch on, but I'm sure you've also realized by now, that there's something strange about this place. The Abyss-Order is most certainly planning something in this area. Or worse, their plan could already be in motion. So you think the Abyss-Order is behind the Hilly-Churl activity in the area? As things stand, I highly doubt that is their primary motive. I would imagine the increased Hilly-Churl activity is merely a byproduct of whatever it is, they're really trying to accomplish. Still, the Hilly-Churl activity is causing a lot of problems for the people here. We should stick around for a while and protect the village, don't you think? The best way to protect them is by figuring out what the Abyss-Order is truly planning. That is how we prevent further Tragedy. Äh, nun schauen wir mal, was wir noch mit Dorfbewohner erfahren können und danach bist du uns auch viele Antworten schuldig, du Hund. And you shall have them. I never intended to hide anything from you. Sorry, das würde ich dir nicht mal glauben, wenn du mir ein Million Euro geben würdest. Don't worry. There should be ample time to talk. Wie er halt so, was er einfach sagt, ohne rot zu werden. Und jedes Mal haut er da, wird er plötzlich ab, so, ups, es ist weg. Geh, warte mal mit neuer Erkenntnis, kehrt ihr zurück ins Dorf Vimara, weitere Erkunden, klar. Huh? Ah, so that was the commission that brought you here to Vimara Village. Äh, wie lange habt ihr jetzt gebraucht, es dem zu erzählen? Das hat die ganze Story dauert vielleicht zwei Minuten. Wir haben einen Auftrag aufgenommen und jemand ist vermisst. Someone, who seems to only exist in people's memories. That is indeed quite intriguing. I would agree that it's unlikely you have a simple missing persons case on your hands. However, any possible connection to the Abyssorder is still unclear. It appears all we have by way of clues is increased hillichurl activity. And that is certainly not much to go off of. Nun dann, was ist mit den Informationen, die mir versprochen hast? Right, that mysterious voice he heard in his sister's memory. The one who called himself a sinner. Who is he? Traveller, let me ask you this. Do you believe your sibling to have betrayed you? Ich würde ihr gern glauben. Hm. I sense hesitation in your words. After all, you still haven't figured out the whole truth of what happened. Weil ihr ihm auch nix erzählt, alter. Entschuldigung, wenn ich hier so ein bisschen aufgebracht bin, aber weißt du dir immer so. Ach. Also du weißt halt echt noch gar nix. Ich erzähl dir aber auch nix. Tschüss. Das hört sich an wie ein Name aus. aus dem, ähm, keltischen oder so. Also wie aus, mit Odin und so Zeug irgendwie der Name. Ich bin stolz, das zu sagen, aber er ist auch mein Kinn. Mein älterer Bruder. Okay, what? Dein Bruder? Es waren fünf von ihnen. Die fünf Schöner der Kanria. Der wieser Roptatir. Der visionärer Veder Fulnir. Gold, Rheindorter. Der ful, Surtaloji. Und Rehir of Solnari, Rehir. Alter, da gibt's noch fünf Fuzzis. No matter how eroded my memory may become, I will never forget their names. One day, I shall have my vengeance. Rheindorter, oder wie die alte heißt, war doch, war doch die vom Ding, oder? Vom Albedo. Wait, some of those names sound really familiar. Rheindorter is the one who created Albedo. Surtaloji is Skurks master. And the one we just learned about, Deines brother, Veda Fulnir. If he was the voice of the sinner, then the one who inspired Clotar to create the Abyss order, was him. Geviserweise hängt alles zusammen. Wenn das stimmt, dann waren die Steintafeln, die wir in jeden Ruinen in Fontaine gefunden haben, die die Fontaines Prophezeiung darlegten, vielleicht auch Weltrafeniers Werk. They were once people of great esteem in Kanria. Those who carried the hopes of the nation. They were the best of their peers. Outstanding in their respective fields. Six of us. Together. We should have been the ones to prevent the disaster. The ones to stop the Vinster King from continuing to rock the foundation of the world. The Vinster King, oder wollt der jetzt finster sagen auf Deutsch? Yet, deep within, the five of them craved something more. They could not resist the call of the Abyss, and divided among themselves a power that could destroy the world. So they became sinners, but also transcendent beings. Each in possession of world-shattering power. And when the cataclysm occurred, not one of them stood up in defense of their nation. Not one came forward to prevent the tragedy. And for that, they shall never have my forgiveness. And then came my... Mein Geschwister. Okay, meine Schwester in Kontakt mit deinem Bruder. Indeed. If they are not stopped, the day is sure to come, when they will also betray the entire world. Es muss dir schwerfallen, über all das zu sprechen. Und noch danke ich dir, dass du mir das erzählst. Of course. As I said, I never intended to hide anything from you. Es wäre halt geil gewesen, das zwei Jahre früher zu erfahren, aber ja. Plot und so, huh? So, Dane, what have you been looking into all this time? I've continued to investigate the questions surrounding the Loom of Fate. It's been quite some time since the initial operation was launched. By retrieving the eye of the first field tiller, we were able to stop part of their plan from coming to fruition. Oh, Pimer remembers! Weren't they going to use it to corrupt Ossail and make a god or something? Indeed. However, it's obvious that was just some sort of technical experiment. The eye was integral to their plan, yet somehow, despite failing to obtain it, they've skipped the experimental phase and found some other way to keep moving forward. There are many signs pointing to that effect. Then what should we do? It's not too late, is it? Our most pressing concern is to determine the purpose of the Loom of Fate. From there, we'll be able to deduce the Abyss Order's true objective. Based on the intel I've gathered so far, I suspect the Loom of Fate is related to the Ley Lines in some way. The Ley Lines? Traveler, you were able to observe your siblings' memories last time, yes? I believe that was due to the fact that the Ley Lines in that area were unstable. My recent investigation has shown that Abyss Order's activity in a particular area is usually followed by a series of issues with the Ley Lines. Wait, then our commission here in Vamara Village. The person who seems to exist only in people's memories. Could it be connected? Erinnerung, der Fluss der Elemente, der Webstuhl des Schicksals, die vermisste Person, die nur scheinbar existiert. Alles mit dem Webstuhl hab ich halt schon wieder komplett verpettet, Alter. Verbindungen zwischen all dem. Achso, die Zeit spult bloß vor. Alter. Ich hab nicht gut geschlafen. Ich hab nicht gut geschlafen. Ich hab auch nicht gut geschlafen. Mein Kopf ist ganz durcheinander. Wer weiß, ob er nicht schon wieder weg ist, der Penner. Auf jeden Fall schaut euch den Anime-Trail an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Der war sau geil. Und vor allem als jemand, der sowas gerne dann auseinander nimmt, kann man auch sehr viel anfangen. Wobei, da kann man auch gleich die Reaction-Videos dazu oder beziehungsweise die Erklär-Videos dazu schauen. Wo wir dann so durchgehen mit den verschiedenen Zeitperioden und alles. Das war's wahrscheinlich den ganzen Tag. Stimmt etwas nicht, Dane? Das war's wahrscheinlich. Ein weirriger Traum oder was? Nein, das war nicht ein Traum. Das sind... Erinnerungen. Erinnerungen, die in meinem Gehirn plötzlich in meinem Gehirn, nachdem ich aufgewachsen bin. Und ich bin sicher, dass ich diese Person noch nie kennengelernt habe. Ich erinnere mich... ihm das Eie des ersten Feldtiller. Was? Okay, also diese missingte Person hat dann sicherlich etwas mit dem Abyss-Order zu tun? Und dann? Wahrscheinlich. Und es scheint, dass er die Möglichkeit hat, die Erinnerungen in den Gehirn der anderen. Was? Warte, dann. All die Erinnerungen, die die Erinnerungen haben von ihm. Können sie auch fake sein? Vielleicht haben sie ihn überhaupt noch nie. Oh, das ist schon hart, ne? Vor allem, weil die andere ihn halt als... ...keine Ahnung... ...als einen Freund und Familie gesehen hat. Oh, das ist schon übelst fies. Aber warum würde er so etwas tun? Weil er scheinbar älter Drecksack ist. Whatever die Abyss-Order zu planen... ...eine wichtige Wahrheit hat uns heute Morgen gezeigt. Welche Art von Wahrheit? Ist das Auge jetzt noch in Sicherheit? Ist das Auge jetzt noch in Sicherheit? Ich glaube nicht, dass die Abyss-Order noch nicht möglich ist. Aber... ...eine Einheit von der Einheit von der Einheit, ...vielführenden Außenvertrag von der Einheit... ...hat auf die Einheit, ...hat ich, dass ein gleiches Lauf der Einheit in Ordnung ist. Komm mit mir. Wir müssen untersuchen, ob das Einheit noch in unserer Beine ist. Oh, also, du wirst uns zu, wo du sie zerfassst? Was, wenn wir uns jemanden folgten? Wenn wir direkt dort hingehen und uns auf jemanden fersen... ...und... ...und... Geben wir noch nicht seinen Aufenthaltsort preis? Vielleicht ist das der Grund, warum der Ordner des Abgrunds diese Erinnerung überhaupt erst implantiert hat und Dane dazu zu zwingen, den Aufenthaltsort des Auges zu bestätigen. Nach dem, was wir über ihn wissen, nehme ich an, dass Dane diese Möglichkeit schon in Brecht gezogen hat. Bereits einen Plan. Gehen wir. Aber er wirkt nicht so happy, dass das passiert ist. Oder eher sogar fertig ein bisschen. Hä? Was für ein Ding? Super bipp. Warte mal, wie weit muss ich eigentlich laufen? Oh. Können wir das blöde Ding nicht einfach zerstören oder so? Dass die immer alles behalten müssen? Oh Mann, das ist ein wichtiges Teil einer Superwaffe oder eine irgendwas böse Sache. Wie wäre es, wenn wir sie einfach hier auf diesen Tisch legen, damit sie versteckt ist? Oh nein, sie haben es geklaut. Wie ist das passiert? Also machen wir uns das Video perto. Da gibt es eine右 takąöllige doofen. Du hastANT nichts funktioniert. šscen Sie? Und das Compet hinter. pas sehr dazu kommen. Ich hab dazu advances. So깟 halte. Vielen Dank.